Kate, sobald du das Monster sieht oder hört, bleibst du hinter mir oder versteckst dich. Ich lasse dich nicht alleine. Niemals! Au! Hast du das auch gehört? Ich habe schreckliche Angst. Lass uns umkehren. Habt ihr Angst? Ihr müsst vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Sonst landet ihr im brodelnden Vulkan. Die Kette, die er um den Hals kriegt, ist ein Vermögen wert. Ich werde versuchen, sie ihm vom Hals zu reißen. Was müsstet ihr verschieden? Jetzt oder nie! Lass meine Kette in Ruhe. Gib sie mir zurück. Lass mich die Kette ansehen. Hier! Jetzt sind wir reich. Da bin ich mir nicht so sicher. Warum? Die Kette, sie ist aus Glassteinen. Da bin ich das. Vielen Dank.